Oh, manchmal ist die Couch im Wohnzimmer einfach viel gemütlicher als mein eigenes Bett. Oh, Lami, steh sofort auf, es ist was Schlimmes passiert. Was denn? Was ist denn los? Oh, eine vollkommene Katastrophe. Katastrophe? Was denn? Oh ja, Siren Head ist mit seinen Monsterfreunden in die Stadt gekommen und die nehmen alle Läden ein, Lami. Äh, warte mal, Siren Head ist mit all seinen Monsterfreunden gekommen, um die Stadt zu erobern, sagst du also? Oh ja, genau das meine ich. Äh, nein, das ist wirklich eine Katastrophe, aber hey Freunde, ich bin Slami, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Leute, falls ihr noch nicht abonniert habt, dann müsst ihr das auf jeden Fall machen, damit ihr auch in Lami-Army seid. Und Leute, gebt dem Video auch einen Daumen nach oben und kommentiert, was Liebe ist. Dann habt ihr die Chance, morgen im Video drin zu sein. Und Leute, ich habe noch eine ganz, ganz kleine Challenge an euch. Und zwar, wenn ihr es schafft, innerhalb von 5 Sekunden einen Kommentar zu schreiben. Das kann irgendein Kommentar sein, das kann auch ein Buchstabe sein oder irgendein Wort, irgendwas. Also Freunde, falls ihr es schafft, einen Kommentar zu schreiben, innerhalb von 5 Sekunden, aber auch das Video zu liken, dann habt ihr die Challenge geschafft und müsst das in die Kommentare schreiben. Dann bekommt ihr mit etwas Glück ein Herz von mir. Aber Emily, ich glaube, es ist jetzt Zeit, uns auszurüsten. Oh ja, wir müssen uns Waffen schnappen und sofort loslegen, Lami. Okay, okay, so. Äh, ich habe hier ein paar Sachen drinne. Weißt du denn auch, welche Läden die Monster eingenommen haben? Ähm, zum Beispiel McDonalds oder den Fiseur. Also wichtige Läden aus unserer Stadt. Oh nein, das geht natürlich gar nicht, Freunde. Wir müssen jetzt auf jeden Fall in die Stadt gehen und jeden Laden zurückerobern. Oh Mann, oh Mann, die denkt doch nicht wirklich, dass die Monster jetzt unsere Menschenstadt erobern können. Niemals. Okay, Freunde, wir gehen einfach direkt in den ersten Laden rein und das ist hier der Friseursalon, okay? Okay, ganz genau. Bist du bereit, Lami? Ich bin sowas von bereit. Okay, und... Ha, ich... Oh Gott! Das ist Cartoon Dog. Oh Gott, oh Gott, ich kann nichts sehen. Oh, ich auch nicht. Ich brauche deine Hilfe. Okay, wow. Oh, ich schmetze den jetzt sowas von weg. Oh, die sind auf jeden Fall mega stark, muss ich sagen, Emily. Oh ja, wirklich. Oh Gott, wir müssen hier doch gleich... Oh Gott, oh Gott, ich bin fast tot. Und... Oh, ich helfe dir, Lami. Oh Gott, wir haben ihn. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Das war mal wirklich knapp, muss ich sagen, oder? Und ich bin wirklich gespannt, was da noch für Monster sind. Okay, das war jetzt also Cartoon Dog, oder? Oh ja, ganz genau. Na gut, dann wollen wir mal in den nächsten Laden reingehen, okay? Oh ja, und... Oh Gott, Lami, ich sehe schon die alte Granny. Hilfe, Hilfe, mein Laden wird überfallen. Wir müssen schnell da reingehen. Und... Da ist Granny. Oh Gott, du hattest recht mit Granny. Oh, okay, wartet mal. Ich glaube, die ist auf jeden Fall ein bisschen... Okay, ich... Oh nein, 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 Emily ist wirklich doch noch stärker. Die stinkt total. Oh ja, und die ist mega stark, muss ich sagen. Oh ja, nein, ich bin fast tot, Emily. Und... Weg mit dir. Oh, komm schon. Und... Ja, wir haben es geschafft. Oh Mann, oh Mann. Granny haben wir jetzt auch getötet. Wir hatten Cartoon Dog und jetzt Granny. Wie viele Killer gibt es denn noch in der Stadt? Oh, hoffentlich nicht mehr allzu viele. Aber Siren Head wird es auf jeden Fall noch sein. Leute, ich muss euch sagen, die anderen Läden wurden auch noch überfallen. Zum Beispiel der Blumenladen. Los, geht rüber. Oh, der Blumenladen? Okay, das ist der hier. Oh Mann, oh Mann. Sollen wir dort reingehen? Oh ja, ganz schnell, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Okay, okay. Und warte mal, das Schild habe ich noch gar nicht benutzt. Damit können wir uns mega gut verteidigen. Okay. Oh, das ist... Ich glaube, das ist Cartoon Cat. Oh Mann. Oh, Cartoon Cat. Ich kann wieder nichts sehen. Oh Gott, oh Gott. Stimmt, ich auch nicht. Okay, aber ich glaube, ja, ich habe ein paar gute Kombos verteilt. Okay, oh, oh, Freunde. Weg mit dir, du doofe Katze. Aber warte mal, Katzen sind doch eigentlich ganz cool, oder nicht? Eigentlich schon, aber Cartoon Cat nicht. Oh, weg ist sie. Und wir haben hier ein paar Blumen kaputt gemacht. Naja, ich würde sagen, das war schon so, oder? Ja, das waren wir auf keinen Fall. Also, wir machen hier einfach die Tür zu. Und genau, tschüss. Oh Mann, oh Mann. Okay, welcher Laden wird noch überfallen? Und... Oh, 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 die Tankstelle. Oh Gott, Hilfe, Hilfe. Ein Alien ist hier drin. Ein Alien? Oh Gott, oh Gott. Oh, das ist wirklich ein Alien. Okay, warte, ich esse einen Goldapfel. Und rein da. Los, Emily. Weg mit dir. Oh Gott, oh Gott. Ich kann meine Herzen gar nicht mehr sehen. Oh, ich auch. Oh Gott, Hilfe, Lamy. Oh, oh, ich habe ein paar gute Kombos. Okay, und... Das ging ja mega schnell. Der war voll der Noob. Oh Mann, oh Mann. Und gegen den konntest du nicht alleine kämpfen? Ich habe mir die Hose gemacht. Äh, okay. Äh, ich glaube, wir sollten mal weitergehen. Ähm, genau. Tschüss. Äh, tschüss. Oh Mann, Freunde, was ist das denn für ein komischer Typ? Naja, Freunde, ich würde sagen... Ich glaube, McDonalds wird auch überfallen. Oh, warte, was? Oh, nicht mein guter McDonalds. Oh, oh, oh. Das ist... Da ist Piggy drin. Piggy? Oh Mann, oh Mann. Wartet mal. Okay, du gehst von vorne rein und ich gehe von hinten rein. Ich mache dich zu einem Burger, Piggy. Nicht in mein McDonalds. So, ich gehe von hinten und los geht's. Und damit hat er nicht gerechnet. Oh Gott, oh Gott. Oh, der kann mich auch noch blind machen. Oh, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich kann nichts sehen. Oh, oh, oh. Und nur noch ein paar Herzen. Oh, ah, ich bin fast tot. Ich esse einen Goldapfel. Ich netze den voll weg, Lamy. Okay, okay, okay. Wir sind gut dabei und... Weg mit dir. Oh Mann, oh Mann. Welche Killer haben jetzt eigentlich alles besiegt? Wir hatten am Anfang Cartoon Dog, dann hatten wir Granny, dann Cartoon Cat, dann hatten wir... Piggy. Piggy. Und noch dieses komische Alien. Oh, wir haben das Alien vergessen. Oh ja, ganz genau. Okay, wartet mal. Dann fehlt, glaube ich, nur noch einer, oder? Oh, meinst du etwa Siren Head? Ganz genau. Der Anführer von der Monsterbande. Siren Head. Oh Mann. Freunde, lasst auf jeden Fall für die ganzen Killer, die wir getötet haben, einen Daumen nach oben da. Das wird uns auf jeden Fall mega, mega freuen. Und Leute, falls ihr wollt, dass wir jetzt Siren Head besiegen, dann brauchen wir jetzt eure Unterstützung. Also eure Kraft brauchen wir. Also abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Und dann haben wir eure Kraft, Freunde. Und mit eurer Kraft machen wir bestimmt jeden Platz. Okay, Emily, bist du bereit? Ja, ich bin sowas von bereit, Lami. Okay, okay. Emily, guck mal in den Laden rein. Er sieht so gruselig aus. Okay, okay. Wir machen einen Plan. Ich glaube, der ist bestimmt ein bisschen stärker. Oh Gott, es tut mir leid. Ich bin auf die Druckknöpfe gekommen. Okay, so. Ich glaube, das sollte kein Problem sein. Aber Emily, hast du noch einen Goldapfel? Äh, ich habe alle weggegessen, um ehrlich zu sein. Was? Oh Mann, bist du dick, ey. Ich hatte ein bisschen Hunger. Oh Gott, oh Gott. Äh, na gut. Ich habe nur noch einen. Aber, äh, den gebe ich einfach dir, okay? Oh, danke schön, Lami. Oh Mann, oh Mann. Ich glaube, dem werde ich bestimmt auch... Warum isst du denn jetzt schon? Oh Mann, du sollst ja den Kampf benutzen. Oh, schnell rein, da Lami. Oh Gott, Freunde, das wird ja mal was. Und los auf Siren Head. Und ich glaube... Äh, der vergiftet mich. Ah, der ist auf jeden Fall viel, viel stärker als die anderen. Äh, oh oh, oh oh. Leute, aber wir haben das Schild. Und damit können wir uns ein bisschen verteidigen. Und los. Komm schon. Wann ist er endlich tot? Oh, oh oh, der ist wirklich stark, Lami. Oh ja, das kannst du laut sagen. Aber, Emily, wir sind auf jeden Fall stärker, okay? Oh, okay. Ich mache den fertig. Und Kombo-Attacke. Und, äh. Oh, oh oh, weg von mir. Und, komm schon. Ah, komm schon. Und wir haben ihn. Oh, ja, endlich. Das war auf jeden Fall der stärkste von allen, oder? Mhm, ganz bestimmt. Oh Gott, oh Gott, okay. Aber ich glaube, jetzt haben wir endlich jeden Killer in dieser Stadt besiegt und die Stadt zurückerobert. Und, Freunde, was war das denn eigentlich? Um 3 Uhr morgens sind alle Monster hier gekommen und haben jeden Laden hier eingenommen. Oh, Mann, oh Mann. Was denken sich die Monster eigentlich dabei? Dass wir irgendwie Schwächlinge sind oder so? Oh, Mann. Wir machen jedes Monster platt mit eurer Kraft, Freunde. Also, Freunde, falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und, Freunde, schaut doch unbedingt bei Emily vorbei. Da haben wir auch mega, mega coole Videos gemacht. Die müsst ihr unbedingt abchecken und auch nicht vergessen, Emily zu abonnieren, Leute. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns morgen beim Video wieder und tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.